Musik So, jetzt sind wir leider nur mehr zu viert. Das ist wieder für 16 Jahre nicht geeignet. Angelo, das Motto steht auf den Kahn und den Fussballern. Und Lucy, der weiße Blitz. Und der Luis fängt zum Singen an. Der Schauspieler, der singt uns was vor. Die Lucy mit. Ja! Ja! Na, was ist jetzt los? Nichts mehr spielen? Carlo! Der Fussballer! Carlo! Schau! Und der Luis und die Lucy! Black and White! Haha! Und die zwei spielen wieder? Melilla! Gell? Carlo! Und der Angelo! Wenn der Angelo läuft eigentlich nur, wenn er wirklich ein Ding hat, dann kann er sausen. Dann kann er wirklich sausen. So, jetzt muss ich das dann nochmal. Ja! Boah! Aber ich stelle sie rein! Haha! Gut! Hat schon wieder! Angelo kriegt nicht genug! Ich weiss nicht, der hat zu wenig Sex gehabt! Haha! 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 Und der Kano und die Lucy! Ich weiss nicht! Ich weiss nicht! Ich weiss nicht! Ich weiss nicht! Aber der Kano ist nicht nah, aber da hat auch noch so viel los in Weißfaden! Ja! Normalerweise nachfühlen ja auch an der Kano! Weiss. Okay. Fantastisch, ich sah nicht mehr,